Hey, ich bin's, Marco für AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über die interessante deutsche Phrase Eher nicht. Was bedeutet eher nicht? Nun, eher nicht ist eine Art, wie man ausdrücken kann, dass man etwas nicht machen möchte, aber es ist eine höfliche Art und Weise, dies zu sagen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, zum Beispiel, möchtest du ins Kino gehen und ich habe nicht Lust, dann könnte ich sagen, nein, aber das ist nicht sehr höflich. Ein bisschen höflicher ist zu sagen, eher nicht. Dann gebe ich meinen Gesprächspartner zu verstehen. Ich sage meinem Gesprächspartner, dass, ja, vielleicht hätte ich auch andermal Lust, aber heute nicht. Oder, ähm, ich glaube, da gab es keinen Eindruck. Ähm, genau, dann sage ich eher nicht. Und, äh, ja, das war die Nachricht für heute und bis morgen. Tschüss! Entschuldigung! Entschuldigung!